Hallo Leute! Willkommen bei Learn German Easily. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Herzlich willkommen zur B1-Mündliche Prüfung. Die Prüfung besteht aus drei Teilen. Teil 2 – Bildbeschreibung Sie haben in einer Zeitschrift ein Foto gefunden. Berichten Sie kurz. 1. Was sehen Sie auf dem Foto? 2. Was für eine Situation zeigt das Bild? 3. Welche Erfahrungen haben Sie damit? 4. Wie ist das in Ihrem Heimatland? Ich sehe auf dem Bild fünf Personen, die gemeinsam kochen. Sie sind drei Frauen und zwei Männer. Sie befinden sich in der Küche hinter der Kochplatte. Auf der Kochplatte sieht man viele Kochzutaten, die man zum Kochen braucht. Da sind Paprika, eine Salatplatte, einen Topf, eine Pfanne und Nudeln. In der Bildmitte, steht eine junge blonde Frau, die in ihrer linken Hand Nudelnspaghetti hält. Rechts von ihr, steht ein Mann mit einem blauen T-Shirt. Er schaut in die Kamera und lächelt. Links von der Frau, sehen wir, einen Mann, der gerade Tomaten in die Pfanne tut. Er trägt ein dunkelblaues T-Shirt. Die zweite Frau von rechts, macht einen Salat. Sie hat eine kurze braune Haare, und trägt eine weiße Bluse. Die letzte Frau von rechts, schaut in die Kamera und lächelt. Vielleicht, haben Sie dieses Bild, als Erinnerung genommen. Erfahrungen, Meinungen, und Vergleichen. Das Bild, gehört zum Thema Kochen, und Partnerschaft. Ich finde, es ist sehr wichtig, dass man seinem Partner, bei der Hausarbeiten hilft. Es ist viel schön, wenn man sich Zeit nimmt, und mit seinem Partner, das Kochen als gemeinsames Hobby teilen. Weil wenn man, die Hausarbeiten, allein übernimmt, wird man vielleicht, mit Zeit überfordert. Hier in Deutschland, kochen die Leute, auch häufig frische Gerichte. Ich bin 24 Jahre alt, und studiere in Stuttgart. Als Student, habe ich nie so viel Geld, deshalb koche ich meistens selbst. Nur am Wochenende, bestelle ich manchmal, mit Freunden zusammen, etwas vom Lieferservice. Am liebsten, bestellen wir bei Ruckzuck, denn wie der Name schon sagt, geht es wirklich schnell, und es schmeckt auch sehr gut. Mein Lieblingsessen, ist Currywurst mit Pommes. Kochen die Männer gerne in ihrem Land? Normalerweise kochen Frauen mehr als Männer. Aber im Restaurant oder im Hotel arbeiten viele Männer als Koch. Auf dem Bild, sieht man einen Mann. Er sitzt auf der Straße, neben einem kaputten Auto. Ich denke, der Mann hatte einen Unfall mit seinem Auto. Er scheint starke Schmerzen zu haben. Er legt seine Hand zwischen Fuß und Kopf. Die andere Hand hält seinen verwundeten Fuß. Der Mann trägt ein weißes T-Shirt und kurze graue Hose. Ich denke, es ist am Nachmittag im Sommer, weil die Sonne scheint, und der Mann Sommerkleidung trägt. Das Auto ist vorne ganz kaputt. Man kann damit nicht mehr fahren. Vielleicht ist der Mann zu schnell gefahren, oder er war müde und hat nicht aufgepasst. Ich denke, dass er gleich die Polizei anruft. Das Auto muss in die Werkstatt, und er muss auch seine Versicherung anrufen. Dann muss er sich auch um den anderen Fahrer kümmern, und fragen, ob er verletzt ist. Erfahrungen, Meinungen, und Vergleichen Auf diesem Bild, geht es um das Thema, Versicherungen. Versicherungen, sind für alle, sehr wichtig. Sie dienen zum Schutz vor Schaden. Wenn jemandem etwas Schlimmes passiert ist, muss man dafür Geld ausgeben. Aber wenn man versichert ist, dann übernimmt das Versicherungsunternehmen die Kosten des Schadens. Wenn man eine Versicherung möchte, schließt man einen Vertrag mit dem Versicherungsunternehmen ab. Natürlich, kommt es auf die Versicherungspolize an. In der Regel, gibt es zwei Arten von Versicherungen. Die persönliche Versicherung, und die Sachversicherung. Hier in Deutschland ist mir aufgefallen, dass die Deutschen schätzen Sicherheit so sehr. Deshalb, haben die meisten Deutschen, die wichtigste Art von Versicherungen, wie zum Beispiel, Krankenversicherung. Reiseversicherung, Lebensversicherung, Unfallversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Reiserücktrittsversicherung, Haftpflichtversicherung, Hausratsversicherung, Feuerversicherung, und Kfz-Versicherung. Leider, werden in meinem Heimatland, nur die Pflichtversicherungen, von den meisten Leute in Anspruch genommen. Diese sind Kfz-Haftpflichtversicherungen, und Sozialversicherungen. Weil das Leben in meinem Heimatland so hart ist, haben die meisten Leute keine Versicherung. Für Arbeitnehmer, ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Krankenversicherung seiner Arbeitnehmer zu bezahlen. Der Arbeitgeber zahlt auch, einen Arbeitgeberanteil, für die Sozialversicherung der Arbeitnehmer. Nur reiche Leute, können sich eine Lebensversicherung, Feuerversicherung, Haftpflichtversicherung, und so weiter leisten. Wenn Ihnen dieses Video gefällt hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, und die Glocke, für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.